Für mehr Lebensqualität, Villagasa, Euer Vermarkter für Wohneigentum. Mein Name ist Markus Gerber. Im Zentrum von Interlack, und da braucht ihr die Decke mehr. Das wunderschöne Wohnhaus ist nach 1903 gebaut worden und fällt ihm sofort mit den besonderigen Balkonen, Fassaden und Grundritten auf. Ihr wollt wissen, wie es innen drin aussieht. Für eine Besichtigung oder Fragen stellen wir euch sehr gerne zur Verfügung. Mein Name ist Markus Gerber. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.